Beschäftigst du dich mit der OKR-Methode, mit der Methode Objectives und Key Results, die dabei helfen soll, Ziele richtig zu definieren und dann auch zu erreichen? Nun, ich habe seit einigen Jahren einen der weltweit erfolgreichsten online-basierten OKR-Einsteigerkurse im Angebot. Und durch die Interaktion mit Tausenden von Nutzern meiner Kurse, weiß ich, was als typische Fehler immer wieder auftaucht. Und die gebe ich dir jetzt mit, damit du die Fehler selber nicht machen musst. Hallo, ich bin Axel Rittershaus, dein Führungskräfte-Coach hier auf YouTube. Auf meinem Kanal geht es zu 100% um alle Themen, die mit Mitarbeiterführung zu tun haben. Wenn du Mitarbeiter führst oder an OKRs interessiert bist, dann abonniere jetzt gleich den Kanal. Neue Anwender von OKRs haben regelmäßig mit gewissen Fehlern oder potenziellen Fehlern bei der OKR-Nutzung zu tun. Fehlerquelle Nummer 1. Ziele werden ohne Berücksichtigung der Beteiligten definiert und ihnen zugeteilt. Weißt du, OKRs sind keine Befehlsmethode, bei denen irgendjemand wo auch immer definiert, das ist Objective, das sind die Key Results und die schicken wir jetzt raus in die Organisation und dann müssen die das erreichen. Also so kann man OKRs schon benutzen. Dazu ist es aber nicht gedacht. OKRs sind dazu gedacht, dass man gemeinsam auch über Ziele redet. Es ist schon machbar als Führungskraft zu sagen, das sind unsere Objectives, das sind die Key Results, die wir uns vorstellen und jetzt liebes Team, liebe Führungskräfte, liebe Mitarbeiter, reden wir drüber. Lass uns rausfinden, was davon funktioniert, was davon nicht funktioniert. In einer sehr erfahrenen Organisation wird es aber eher so sein, dass wirklich die Führungskräfte vor allem auf höheren Ebenen sagen, so das sind unsere groben Ziele und jetzt, liebe Mannschaft, entwickelt mal die OKRs, die dabei helfen, diese Ziele zu erreichen. OKRs gehen ziemlich sicher schief, wenn Ziele einfach definiert und wie ein Befehl zugeteilt werden. Fehlerquelle Nummer 2. Fehlende Transparenz. OKRs werden definiert, aber vielleicht nicht mal im Team, aber vor allem nicht mit anderen außerhalb des Teams geteilt. Nun, OKRs sind dazu gemacht, dass andere wissen, woran wir arbeiten, damit die wissen, was sie von uns erwarten können, damit die anderen erkennen können, oh Mensch, die arbeiten auch auf dieses Ziel hin, das ist super. Ich kann gleich mal sehen, durch die Transparenz von OKRs und den Fortschritten, ich kann gleich sehen, wie weit sind die, wie weit sind wir, wo können wir uns noch ergänzen, wo können wir uns unterstützen. Aber eben auch, um zu erkennen, Mensch, wenn dieses Team gerade an bestimmten Objectives arbeitet und ich brauche von denen was völlig anderes, dann weiß ich im Vorfeld, es wird ziemlich schwierig sein, das zu kriegen. Also rede ich jetzt vielleicht mit denen und sage, Mensch, beim nächsten OKR-Zyklus könnt ihr da mal ein bisschen Puffer für einplanen, damit ihr da uns auch noch unterstützen könnt. Fehlerquelle Nummer drei, unklare Unternehmensziele. Vielleicht sogar gar keine Unternehmensziele. Denn der Idealzustand und das, was OKRs wirklich stark macht, ist, wenn OKRs in der gesamten Organisation genutzt werden, so dass jeder Mitarbeiter, selbst wenn wir acht Hierarchiestufen hätten, wenn es sowas noch gibt, das sind die acht Stufen hätten zwischen Mitarbeiter und Vorstand, dass der Mitarbeiter weiß, das, was ich heute mache, zielt darauf ab, diese Unternehmensziele zu erreichen. Wenn dieser Link nicht existiert, und das ist leider in vielen Unternehmen so, dann arbeiten Mitarbeiter halt vor sich hin, weil sie gar nicht erkennen können, wozu das gut sein soll, was sie selber machen. Oder sie hören irgendwelche Visionen, die vom Vorstand kommuniziert werden und denken, ja, das hört sich irgendwie toll an, aber der könnte mir auch erzählen, dass wir zum Mars fliegen wollen. Das ändert ja für mich nichts. Dann geht die Nutzung von OKRs schief. Wenn du OKRs richtig einsetzen möchtest, dann schau doch mal in meinen OKR-Kurs rein. Ich habe ihn in der Beschreibung verlinkt und hier oben findest du auch den Link dazu. Und wenn wir schon interagieren, ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst, dem Video einen Daumen nach oben gibst und dich durch die Glocke daran erinnern lässt, wenn ich neue Videos veröffentliche. Kommen wir zur Fehlerquelle Nummer 4 bei der Nutzung von OKRs. Die OKRs sind zu einfach. Haha, jetzt wirst du lachen und sagen, das ist doch kein Fehler. Also ist doch nicht blöd, wenn Ziele einfach zu erreichen sind. Und ja, schon doch, denn Ziele sollen ja schon auch eine gewisse Ambition haben. Nicht alle Ziele müssen ambitioniert sein, aber manche Ziele sollten dazu führen, dass wir uns mal ein bisschen aus der Komfortzone rausbewegen oder etwas einfach verbessern, um noch mehr zu erreichen, um noch besseren Service anbieten zu können, um Kunden noch besser zufriedenzustellen, was auch immer eben unser Job ist. Und wenn Objectives viel zu einfach zu erreichen sind, dann kann es entweder passieren, dass wir ein Ziel nach einem Monat erreicht haben, in einem 3-Monats-OKR-Zyklus, nach einem Monat haben wir es erreicht und denken dann, jo, super, also jetzt kann ich ja dann vielleicht zwei Monate in Urlaub gehen oder was machen wir jetzt? Und dann sucht man sich irgendwelche anderen Sachen, das ist aber nicht effektiv. Und deswegen dürfen Objectives nicht zu einfach zu erreichen sein. Womit wir gleich zu Fehler Nummer 5 kommen, nämlich Objectives, die viel zu schwer zu erreichen sind. Wenn jede Objective die Kolonisation des Marses ist, die du in den nächsten drei Monaten erreichen sollst, man, dann lass es sein. Denn das funktioniert auch nicht. Nicht mal ein Spitzensportler kann jeden Monat eine Olympia-Gold-Medaillenleistung abliefern. Das geht einfach nicht. Wenn all unsere Objectives so ambitioniert sind, dass wir permanent am Limit fahren, dann geht es irgendwann nicht mehr, weil permanent am Limit heißt irgendwann mal überm Limit und überm Limit heißt irgendwann Einbruch. Deswegen müssen wir aufpassen, dass OKRs ambitioniert sind, nicht zu leicht, dass sie uns herausfordern, dass sie auch was Bestehendes weiter am Laufen halten. Aber sie dürfen auch nicht viel zu schwer sein, weil das manchmal sogar schon kurzfristig hochgradig demotivierend wird. Und vor allem, vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, wenn du ein Ziel hast, das sehr, sehr schwer zu erreichen ist und dann passiert irgendwas zwischendurch und du stellst dann fest, in der restlichen Zeit ist es nie mehr erreichbar, dieses Ziel, dann machst du vielleicht gar nichts mehr. Und das ist hochgradig demotivierend. Deswegen dürfen eben OKRs auch nicht zu schwer zu erreichen sein. Damit kommen wir zum sechsten Fehler, der von neuen Anwendern von OKRs häufig gemacht wird. OKRs und Bonussysteme verknüpfen. Manche Firmen führen OKRs ein und denken, das ist doch eine coole Sache. Entweder wir hatten noch nie ein Zielerreichungssystem oder wir haben eins, das nicht funktioniert hat. Verknüpfen wir doch OKRs gleich mit einem Bonussystem. So eine tolle Geschichte. Vor allem OKRs können wir auch unterjährig tracken, dann kriegen wir mit, ob die Leute gut unterwegs sind. Und die Idee generell ist ja nicht abwegig, allerdings widerspricht die der OKR-Kultur. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von OKR-Zielen. Committed OKRs und aspirational, herausfordernde, anspruchsvolle OKRs. Und vor allem, wenn wir anspruchsvolle OKRs haben, die eben nicht zu 100% erreicht werden können, ist ein Link zu einem Bonussystem absolut tödlich. Und auch wenn ich eine Kombination habe aus Committed OKRs, die ich unbedingt erreichen muss, und herausfordernden OKRs, anspruchsvollen OKRs, und manche davon sind mit einem Bonus versehen, ist es hochgradig kritisch. Es gibt gewisse Möglichkeiten, Verbindungen zu schaffen, aber das ist wirklich eine tückische Angelegenheit. Ich habe dafür extra einen Artikel geschrieben, den ich in der Beschreibung verlinkt habe, wo es um OKRs und Bonussysteme geht. Ich bin sowieso kein großer Fan und viele Studien zeigen, dass Bonussysteme an und für sich eher kontraproduktiv sind, vor allem wenn sie auf individuelle Leistungen gehen. Und falls ihr in eurem Unternehmen überlegt, OKRs zu nutzen und mit dem Bonussystem gleich zu verknüpfen, dann könnte das die Grundlage dafür sein, dass OKRs scheitern und deswegen das ein Fehler wäre, den ihr unbedingt vermeiden müsst. Mein Objektiv für dieses Video war, dir zu zeigen, welche sechs Fehler typischerweise in der Anfangsphase der Nutzung von OKRs gemacht wurden und gemacht werden. Wie gesagt, das basiert aus der Interaktion mit tausenden von Teilnehmern in meinem Online-OKR-Kurs. Wenn du Interesse an diesem Kurs hast, dann schau mal in die Beschreibung, dort habe ich den Kurs verlinkt. Und wenn dir das Video gefällt, dann habe ich meine Objektiv hoffentlich erreicht, dann abonnier doch bitte den Kanal, gib mir einen Daumen nach oben und lass dich durch das Glöckchen daran erinnern, wenn neue Videos von mir erscheinen. Und jetzt habe ich gleich zwei weitere Videos für dich rausgesucht, die dir dabei helfen werden, deine und eure Ziele zu erreichen. Und denk immer dran, Glück ist ein Talent.